9. Oktober 1967. Eine Nachricht treibt die Jugend auf die Straßen. Che Guevara, Volksheld der kubanischen Revolution, ist tot. Sein ikonisches Abbild und seine Geschichte werden überleben, als große Legende des 20. Jahrhunderts. Seinen Anfang nimmt der Mythos Che Guevara auf Kuba, in der Sierra Maestra. Rund zehn Jahre vor Guevaras gewaltsamem Tod berichtet dort ein Reporter über den Guerilla-Krieg, den Fidel Castro und eine Handvoll Revolutionäre gegen die kubanische Diktatur von Batista führen. Der junge Anwalt Castro hatte bereits 1953 mit seiner Bewegung erfolglos versucht, das Regime zu stürzen. Nur einige Jahre später ist ein neuer Mitstreiter dabei. Kurze Haare, olivgrüne Kappe, jugendlich, eine um den Hals baumelnde Kamera. Noch hat er nicht das Aussehen, das ihn eines Tages berühmt machen wird. Er ist 29 Jahre alt, angehender Arzt aus Argentinien und seine Kameraden nennen ihn bereits Che, nach einem Ausruf aus dem Spanischen, der Aufmerksamkeit erfordert. Der Reporterbericht wird zur Geburtsstunde des medialen Phänomens Che Guevara. Er wird die Medien immer zu Nutzen wissen, auch wenn er sie kritisiert. Er ist die ganze Zeit, die Menschen in der Sierre Maestra haben. Auf Reisen durch Lateinamerika hatte Guevara Armut, Ungerechtigkeit und Unterdrückung kennengelernt. Nun will er die Welt verändern. Er war Fidel Castro in Mexiko begegnet. Nur wenig später, Ende 1956, waren sie nach Kuba aufgebrochen. Guevara weiß, dass der über Kuba herrschende Diktator Batista als Marionette der USA gilt. Kuba, nur 90 Meilen von der Küste Floridas entfernt, steht seit rund 50 Jahren unter amerikanischem Einfluss. Die Perle der Karibik fungiert als Spielplatz der Amerikaner für Vergnügungen aller Art. Gleichzeitig ist Kuba auch der bedeutendste Zuckerlieferant und mit Guantanamo ein wichtiger militärischer US-Außenposten. Indem sie ihren Guerillakrieg hier führen, wollen Che Guevara und seine Mitstreiter die soziale Revolution über die Insel hinaus erkämpfen. Sie hoffen, über das kleine Kuba, der großen imperialistischen Macht Amerika eine Niederlage zuzufügen und den Weg für alle lateinamerikanischen Staaten zu bereiten. Für diesen Plan befördert Fidel Castro Che Guevara zum Kommandante, zum militärischen Anführer, der die Infrastruktur entwickeln soll. Jede Aufgabe, die an Che vergeben wurde, bekam er deshalb, weil er der Richtige, Beste war. Er selbst sah seine Bestimmung im Kämpfen und Führen. Als Kommandant einer autonomen Region in den Bergen war er in vielen Dingen kreativ. Er machte alles. Vom Stiefel herstellen, Uniformen reparieren, bis zum Bau eines Brotofens und Landwirtschaften mit den einheimischen Bauern. Alles Anstrengungen, um ganz autonom zu werden. Dazu gehörte auch ein eigener Radiosender. Che gründete 1958 Radio Rebelde, das Rebellenradio, und brach Batistas Medienmonopol mit extrem behelfsmäßigen Mitteln. Er schuf so eines der vielleicht ersten sozialen Netzwerke der Geschichte. Radio Rebelde wird zum Ende des Kampfes hin eine ausschlaggebende Rolle für den Erfolg der Bewegung spielen. Über den Äther verkündet Fidel Castro am 1. Januar 1959 den Triumph der Revolution. Das Regime ist abgesetzt, der Diktator Batista geflohen und Castro ruft zum Generalstreik. Fidel Castro ist in den Augen der Kubaner die Galleonsfigur des Aufstandes. Weit entfernt vom leuchtenden Image, das später von ihm entwickelt wird, bleibt Che Guevara weiterhin im Schatten. Noch bevor die Rebellenarmee endgültig im Rampenlicht von Blitzlicht und Kameras stehen wird, zeigt sich Che Guevara mit den typischen Attributen eines Guerrieros der Volksmythen. Kriegsmüde, schwarzes Berett, Bart und fallendes Haar, Zigarre im Mund. Dennoch ist er kaum bekannt, als die Guerrieros 1959 schließlich Havanna einnehmen. Es war das erste Mal, dass er einen Fuß in die Hauptstadt setzte. Das hört sich nicht nach einer großen Sache an. War es aber. Er stand in der ersten Reihe der Revolution und hatte absolut keine Idee, was ihn erwartete. Und in der Tat hat Havanna mit dem Kuba, das Che in den Bergen bisher kennengelernt hatte, kaum etwas zu tun. Die Kapitale Kubas steht damals den Hauptstädten anderer entwickelter Länder in nichts nach. Es gibt sehr wohl Rassentrennung und beinahe industriell betriebene Prostitution. Die unteren Schichten existieren in extremer Armut und tausende von Kindern leben auf der Straße. Aber während es auf der übrigen Insel kaum Elektrizität gibt, verfügt Havanna über eine der modernsten Infrastrukturen der Welt. Die Mittelschicht erfreut sich eines ausgebauten Telefonnetzes. Es gibt ein Opernhaus, Theater, Dutzende Kinos. Mehr noch, Kuba verfügt über den wohl höchsten audiovisuellen Standard in Lateinamerika. In dieser Mekalopolis mit über einer Million Einwohnern besitzt beinahe jeder Haushalt einen Fernseher. Es ist diese Stadt, die Che Guevara in vorderster Front betritt, von der die große Veränderung ausgehen wird. Es gab diese Idee, alles zu revolutionieren. Dabei spielten auch die Medien eine wichtige Rolle. Er war der Meinung, dass die Revolution ihre eigenen Kanäle brauchte, völlig ohne private, westliche oder bourgeoisie Interessen. Es ist kein Zufall, dass die erste Maßnahme, die die junge Revolution ergreift, die Gründung des Kubanischen Instituts für Filmkunst und Industrie ist. Hier werden fortan die berühmten Noticieros, die Wochenschauen, hergestellt, die in den Kinos, dem Hauptfilm vorangestellt laufen. Etwa 14 Tage nachdem die Revolution ausgerufen ist, gründet Guevara mit Plenza Latina eine neue kubanische Presseagentur, die in Konkurrenz zu den US-amerikanischen Hauptnachrichtenagenturen nun die Botschaften der Revolutionäre in die Welt bringt. Und das ist noch nicht alles. Seit sie in Havanna sind, haben sie Guevara und die anderen Revolutionäre das breite kubanische Fernsehnetzwerk im Blick, das ihnen Eintritt in jedes Wohnzimmer verschaffen würde. Und noch bevor die Verstaatlichung abgeschlossen ist, benennen sie die Sender um. Dem Rebellenradio folgt nun Revolution TV, das Revolutionsfernsehen. Er und Fidel betraten die Bühne im beginnenden Zeitalter des Fernsehens. Und sie waren sich sehr bewusst darüber, dass das neue Medium eine verändernde Kraft besaß. Radio, Presse, Fernsehen. Ausgestattet mit diesen Waffen fordert die kubanische Revolution ihren amerikanischen Feind zum ersten Kampf heraus. Einen Kampf um die öffentliche Meinung. Im Fokus Che Guevaras neue Posten. Er wird eine Art Generalstaatsanwalt, Chefankläger des La Cabana-Gefängnisses und zuständig für die Errichtung eines neuen Revolutionsgerichtes. Che's Job war ohne Zweifel wichtig. Es ging darum, die Revolution in dem, was nun in einer neuen Phase als harte Linie zum Ausdruck kam, zu sichern. Durch Prozesse, Kriegsgerichte und in einigen Fällen durch Hinrichtungen von Kriegsverbrechern. Er galt als hart und streng. Aber wichtiger, er handelte ethisch verantwortlich. Das wurde erwartet. Man darf nicht vergessen, die ganze kubanische Gesellschaft lechzte nach Gerechtigkeit. Die Kubaner haben bereits seit Jahren unter dem von den USA gestützten Regime Batistas gelitten, dessen Brutalität und Korruption tiefe Narben hinterlassen haben. Begleitet von Kameras bringen nun die neuen Ermittlungsbeamten die Folterinstrumente in den Gefängnissen des alten Regimes ans Licht und enthüllen die Verbrechen, die von Batistas Diktatur verübt worden waren. Es war eine blutige, brutale Diktatur. Von 1952 bis 59. Mit 20.000 Toten. Es gab ein Klima der Straffreiheit für Verbrechen von Polizei und Armee. Junge Leute wurden häufig ermordet aufgefunden. So musste die revolutionäre Justiz unerbittlich gegenüber den Schuldigen sein. In den Militärfestungen über dem Hafen von Havana werden beinahe 2000 Personen vor laufenden Kameras verhaftet und eingesperrt. Che Guevara errichtet Revolutionsgerichte, auf ähnlicher Basis wie die Gerichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Todesstrafen werden verhängt, wie die gegen Cornelio Rojas, den ehemaligen Chef der Polizei von Santa Clara. Die im Fernsehen gezeigten Aufnahmen schockieren. Gerüchte beginnen sich zu verbreiten. Die internationale Presse schlägt Alarm, verurteilt die Schnellverfahren und spricht von Massenhinrichtungen. Der US-Kongress verlangt einen Untersuchungsausschuss. Für die Westmedien wird Che Guevara nun vom Ankläger zum Angeklagten. Die Leute sprachen von tausenden Unschuldig-Getöteten. Er sei sadist, Folterknecht. Nichts ist wahr. Im Gegensatz zu dem, was erzählt wurde, gab es kein Blutbad, in dem hunderte Personen jeden Tag starben. Es gab Schnellverfahren, die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Und Schnellverfahren, die in Todesurteilen endeten, riefen zu Recht besorgte Blicke hervor. Das wurde von den imperialistischen Mächten benutzt, um die Revolution zu attackieren, sie ins schlechteste Licht zu stellen, als seien es willkürliche Hinrichtungen. Es war das Gegenteil. Um den Kubanern und der Welt zu beweisen, dass die Verfahren rechtmäßig und die Angeklagten schuldig sind, ruft Castro zur Gegenoffensive auf. Er beauftragt Che Guevara, für den 22. Januar 1959 einen großen Prozess zu organisieren. Die revolutionäre Presseagentur und der Fernsehsender übertragen das Ereignis live. Sie liefern Bilder an über 400 Journalisten aus aller Welt. Die Kritik verlagert sich nun von den Inhalten auf die Art und Weise der Prozesse. Den Kubanern wird vorgeworfen, Stauprozesse wie in Moskau abzuhalten. Für Westler aus den USA oder aus Europa sah das wie Schauprozesse oder Scheingerichte aus. Wie ein römischer Zirkus, in dem die Menge gegen den Verurteilten tobt. Die erste Medienschlacht ist verloren. Der Name Che Guevaras ist jetzt zwar breiter bekannt, wird aber von anderer Seite mit einem neuen Zusatz versehen. Der Schlechter von La Cabana. Fidel Castro stellt die Verfahren ein. Che wollte weitermachen. Fidel fühlte, dass politisch dabei zu viel auf dem Spiel stand. Und er stoppte es. Castro nominiert Che Guevara für einen Posten, der weniger in der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, für den Fortgang der Revolution aber äußerst wichtig ist. Er macht ihn zum Präsidenten der kubanischen Nationalbank. Ein Mediziner und Guerrero, Zigarre rauchend, an der Spitze einer Finanzbehörde. Eine ungewöhnliche Besetzung, die sein Ansehen jedoch wieder hebt. Er signierte die kubanischen Banknoten seitdem nur mit Che. Ich denke, das war ein Weg, seine Verachtung für Geld auszudrücken. Einige sahen darin eine Geringschätzung von Geld. Aber jeder kannte ihn eben als Che. So nannten ihn die Kubaner. Und Che war nicht Ernesto Guevara de la Serna. Er war Che. So hat er möglicherweise einfach seinen Kampfnamen und auch seinen kubanischen Zivilnamen übernommen. Wenn er selbst von seiner Rolle als Präsident der Nationalbank sprach, sagte er, ich bin vielmehr Guerrero als Präsident einer Bank. Und so handelte er, wie ein Guerrero, Zug um Zug gegen den Feind. Und der war zuallererst der Imperialismus. Zu dieser Zeit war die Nationalbank ein Superministerium, ein finanzielles Megaressort. Es war nicht nur für Währungsangelegenheiten zuständig, sondern auch für die Zahlungsfähigkeit, für internationale Transfers, die Kontrolle der Landesressourcen, Überseerhandel und Einvorgenehmigungen. Es war ein finanztechnisches Ministerium, eine Bank letztendlich, in der die großen Entscheidungen für die kubanische Ökonomie getroffen wurden. Es war also eine absolut entscheidende Position. Che Guevaras Popularität wächst. Noch aber ist er nicht unter den Heldenporträts der 1. Mai-Parade am Tag der Arbeit. 4. März 1960. La Cougre, ein französischer Frachter, explodiert im Hafen von Havanna. Das Schiff war in einem der Docks im alten Havanna verteut worden, direkt hinter der Altstadt in der Bucht. Und es flog in die Luft. Es gab zwei Explosionen. Über 100 Leute wurden getötet. Niemand wusste wirklich, wie viele. Sie waren unkenntlich verbrannt. Der Verdacht der kubanischen Behörden richtet sich umgehend auf die CIA. Denn von Beginn an war es immer mehr als ein reiner Medienkrieg, mit dem die USA gegen die Revolution vorging. Seit 1959 führten die Vereinigten Staaten einen geheimen Krieg, einen paramilitärischen geheimen Krieg gegen Kuba. Es verging kein Tag, ohne dass bewaffnete Gruppen, organisiert und finanziert von der CIA, Bomben explodieren und Züge entgleisen ließen. Die CIA-Station in Miami war eine der größten der Welt mit hunderten von Angestellten. Und in den Tagen, als Kuba noch offen war und man noch kommen und gehen konnte von Amerika, schleusten sie Leute ein. Gleich in der Nähe des Hafens haben das Fernsehen und das Institut für Filmkunst ihren Sitz. Kameramänner sind unter den ersten vor Ort. Und ihre Bilder, unter anderem von Che Guevara, der ebenfalls sofort am Hafen ist, gehen um die Welt. Das war ein Riesenvorfall. Am nächsten Tag marschierten Che, Fidel, Raul, Sartre und Simone de Beauvoir, die gerade in Havanna waren und auch teilnahmen, die Straße an den Docks entlang, hielten sich an den Händen und wurden dabei fotografiert. Und dann gab es diesen Moment, als sie an einer Bühne stoppten und zur Menschenmenge sprachen, die sich versammelt hatte. Unter den Fotografen, die sich auf der Bühne postiert haben, von der Castro eine Ansprache hält, ist auch Alberto Díaz Gutierrez, der als Fotograf unter dem Namen Corda für die kubanische Zeitung Revolución arbeitet. Corda war ein fantastischer Fotograf, der aus der Welt der Werbefotografie kam. Er schoss einige Fotos von der Bühne, als er ganz plötzlich fühlte, das waren seine eigenen Worte, er fühlte, dass er ganz unerwartet das Bild von Che vor seiner Linse hatte. In der reflexartigen Reaktion eines Fotografen drückte er unverzüglich ab und schoss das Foto. Ihn durchfuhr eine Art Schauer und er erstarrte. Das Bild, das er aufgenommen hatte, ist dieses unglaublich berühmte Bild von Che, auf dem er aussieht, als würde er in die Geschichte selbst schauen, mit diesem Blick des unbeirrbar Revolutionären, der über die Gegenwart hinaus sieht. Es wirkt wie das Bild eines Heiligen. Man sieht Macht, Energie, Entschlossenheit und zur gleichen Zeit große physische Schönheit. Wie bei einer prophetischen Verkündigung. Das Foto, das Corda mit Guerillero Heroico, heldenhafter Partisane, betitelt, wird nicht sofort berühmt. Es ist zu unscharf. Die Zeitung Revolution bevorzugt, dass von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir die wesentlich bekannter sind. Aber entgegen einer lang verbreiteten Legende setzt das Foto nicht jahrelang Staub in einer Schublade an. Es erscheint, ohne dass jemand es wirklich zur Kenntnis nimmt, einige Male, um eine öffentliche Konferenz von Che Guevara anzukündigen. Gleichzeitig festigt sich in dieser Zeit mehr und mehr das öffentliche Image Che Guevaras. Weniger aufgrund des Fotos, als vielmehr aufgrund westlicher Magazine, die die ersten sind, die ihn in den Fokus rücken. Französische Fotografen wie Henri Cartier-Bresson, aber auch amerikanische Reporter, sind von seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er war von dramatischer Schönheit. Er war jemand, von dem man seine Augen nicht abwenden konnte. Wenn er vor dir stand, hatte er dieses Charisma. Diese Intensität und sein physisches Aussehen, das wirkte enorm auf Menschen. Zwischen Werbung und Modeberichten beginnen Porträts von Che Guevara, die US-Zeitschriften zu schmücken. In weiten Teilen Amerikas ist Fidel Castro noch immer populär. Er erscheint im Vergleich moderat. Seit der kubanische Umsturz zur sozialistischen Revolution erklärt wurde, richtet die westliche Presse nun ihre Aufmerksamkeit auf Che Guevara. In Zeiten des Kalten Krieges verkörpert er die Angst vor einer roten Gefahr. Das prestigeträchtige Time-Magazin widmet ihm die Titelseite und kürt ihn zum Kopf der Revolution. Viele Berichte erscheinen, die ein Feindbild von ihm zeichnen. Während der Westen ihn zum gefährlichen Kommunisten stilisiert, beginnt der Ostblock Interesse an Che Guevara zu zeigen. Insbesondere seitdem Khrushchev auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei den Personenkult in der Sowjetunion angeprangert und Konsequenzen gefordert hatte, sucht Moskau nach neuen Figuren, um die Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Sie versuchen es mit Raúl Castro, der sehr früh die UdSSR besucht hatte und für den spricht, dass er Fidels Bruder ist. Allerdings gilt er als nicht charismatisch, weshalb die Sowjets diesen neuen Revolutionär aus Kuba unbedingt kennenlernen wollen. Während des Besuchs von Che Guevara präsentiert man ihn. Man filmt ihn und widmet ihm unzählige Reportagen. Noch ist die Anziehung gegenseitig. Die Sowjetunion wollte Kontrolle über die kubanische Revolution. Die Art und Weise, wie sie Che behandelten, sollte ihm und Kuba die Illusion vermitteln, dass die Sowjetunion das globale Vaterland des Sozialismus ist, auch des kubanischen. Diese Einführung lässt Che Guevara zu einer bedeutenden Figur im sozialistischen Lager und in den Ländern der Dritten Welt werden. Ein Besuch folgt jetzt dem anderen. Indonesien, China, wo er auf Mao trifft, Nordkorea, wo ihm Kim Il-sung einen Staatsempfang bereitet. Und dann, wenig später, Algerien, in dem Kuba und insbesondere Che Guevara die nationale Befreiungsfront unterstützt hatten und wo ihn das gerade unabhängig gewordene Volk wie einen der Iren begrüßt. Und dann, wenig später, als er in der Iren begrüßt. Die Tatsache, dass er kein gebürtiger Kubaner war, obwohl er zu einem Kubaner gemacht wurde, war ebenfalls attraktiv. Weil es zeigte, dass Kuba fähig war, Nationalitäten zu überwinden, dass es ein Schmelztiegel internationaler Solidarität war. Irgendwie setzte er genau darauf. Zurück in Kuba, wo er zur gleichen Zeit zum Industrieminister ernannt worden war, wird Che Guevara endgültig eine Berühmtheit. Nicht aufgrund seiner Weltreise, nicht, weil er eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung der von den Vereinigten Staaten im April 1961 organisierten Invasion in der Schweinebucht gespielt hatte. Auch nicht, weil er sich während der Kubakrise im Oktober 1962 hervortat. In den zwei Wochen vor seiner Rückkehr war es immer Fidel Castro, der im Scheinwerferlicht stand. Che Guevara wird zur Hauptfigur, weil er auf Kuba Anfang der 60er Jahre ins Zentrum einer Wirtschaftsdebatte gerät, die die Zeitungen und TV-Nachrichten beherrscht. Eine Grundsatzdebatte zwischen denen, die an der harten Linie Stalins festhalten, den orthodoxen Kommunisten und dem neuen Industrieminister. Die Komplexität dieser Debatte und die Tatsache, dass sie Che Guevara in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt, ist nur vor dem Hintergrund der damaligen Krise zu verstehen. Die Vereinigten Staaten beginnen, ihre militärische Aggression gegen Kuba mit harten ökonomischen Maßnahmen zu flankieren und setzen eines der längsten und härtesten Embargos der Geschichte gegen die Insel durch. Der Mangel macht sich sofort bemerkbar. Handwerksbetriebe werden schwer getroffen, weil ihnen das Material ausgeht. Für die Bevölkerung werden Versorgungshefte eingeführt, um ein Überlebensminimum für alle zu garantieren. Die moralische Wirkung auf die Bevölkerung, die von den ersten Jahren der Revolution erschöpft ist, erweist sich als verheerend. Abwesenheiten in den Fabriken nehmen zu. Die Bürokratie sowjetischen Musters legt langsam alle Aktivitäten lahm. Dem Industrieminister stellt sich vor diesem Hintergrund die dringende Aufgabe, die Bevölkerung zu ermutigen, an ihren Anstrengungen festzuhalten. Die Frage war, ob man die Management-Methoden der Sowjetunion übernehmen sollte. Die basierten seit den Tagen des Bergmanns Stachanov auf der Idee der Leistungssteigerung. Mehr Arbeit, mehr Verdienst. Aber das schafft Konkurrenz unter den Arbeitern und eine Gruppe, die im Vergleich privilegierter ist. Guevara wies das zurück. Er wollte das nicht. Er musste ein revolutionäres Bewusstsein schaffen. Altruismus musste Individualismus überwinden. Solidarität, Egoismus. Die Befriedigung, seine Pflicht zu erfüllen. Die moralische Belohnung musste einen höheren Stellenwert einnehmen als die materielle Belohnung. Für Che Guevara geht es in dieser Debatte um mehr als die Lösung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Krise. Kuba soll einer neuen Menschlichkeit zum Durchbruch verhelfen, die jeglichem Individualismus und Kapitalismus entsagt und die fähig sein wird, den wahren Kommunismus aufzubauen. Er vervielfacht seine öffentlichen Reden und Fernsehauftritte. Für alle die, in der Fähig im Arbeit, den Feindlichen, den Sie gezeigt haben, haben den Wachstum zu den Wachstum, den sie, den sie, den Wachstumorien kommunismus verwendet, die neue Aktivität in der Handlung gegenüber der命en, alle sie, die von Fidel, der Sie, in einer einer der Fähig werden, Um die Kubaner von der Richtigkeit seiner Ideen zu überzeugen, entscheidet sich Che Guevara dafür, sie praktisch zu demonstrieren. Er will es denen, die immer noch an den Wettbewerb glauben, vorexerzieren. Immer, von Anfang an, fühlte er, dass er durch sein Beispiel führen sollte. Durch Tun. Er bat nie jemanden etwas zu tun, das er selbst nicht tun konnte. Che Guevara will den neuen sozialistischen Menschen vor allem durch freiwillige, unbezahlte Arbeit schulen. Jeder Kubaner soll sie neben seinem Beruf und anderen Aufgaben in der Freizeit leisten. Er selbst an erster Stelle. Da Bilder oft stärker wirken als lange Reden, lässt er sich von Kameras begleiten. So wird in den Wohnzimmern der Kubaner das Bild eines Industrieministers mit dem Gehalt eines Sekretärs ohne Vergünstigungen. propagiert, der selbst an Wochenenden Mauern errichtet oder Tuche webt. Che tauchte am Hafen von Habana auf und begann beim Entladen eines Frachtschiffes zu helfen. Alle Kubaner um ihn herum waren überzeugt, dass er einige Minuten mit anfassen und dann weiterziehen würde. Wie überrascht sie waren, als er Stunden blieb und nicht eher ging, als bis der letzte Sack abgeladen war. Dennoch beginnt sich Unmut breit zu machen. Verwaltungsangehörige fühlen sich benachteiligt und fürchten, um ihre Privilegien würde sich Che Guevaras Vision des neuen Menschen durchsetzen. Niemand sagt das heute so, aber tatsächlich gab es eine Menge Groll gegenüber Che. Letztlich ist Fidel derjenige, der die Debatte beendet, zugunsten materieller Anreize. Und das bereitet auch ein Ende für Che's heilsame Auseinandersetzung mit den orthodoxen Kommunisten über den weiteren Weg Kubas. Obwohl Che Guevara damit im Kampf um die Ökonomie verliert, ist er der klare Gewinner im Kampf um die mediale Wirkung. Sein Image strahlt weiter. Als Kuba zum Ende des Jahres 1964 gebeten wird, eine Rede vor der neuen Vollversammlung der Vereinten Nationen zu halten, ist es selbstverständlich Che Guevara, der von Fidel Castro dazu auserwählt wird. Seine Ansprache, live über den ganzen Globus übertragen, bietet ihm ein prominentes Forum, sich vor der Weltöffentlichkeit als personifizierte kubanische Revolution darzustellen. Che, in olivgrüner Kampfuniform, stieg die Tribüne hinauf und hielt eine enorme Anklagerede gegen die Vereinigten Staaten und deren Imperialismus. Und eine Art Loblied, eine Hymne auf die Unabhängigkeit der Länder der dritten Welt. Er sprach mit leidenschaftlicher Überzeugung und hatte eine machtvolle Medienwirkung und Präsenz. Das war wahrscheinlich der Moment maximaler Ausdrucksstärke vor der internationalen Öffentlichkeit. Er war auf dem Höhepunkt seiner öffentlichen Autorität. Daraufhin verwandelte sich Che, vom großen Führer der Revolution zum globalen Führer. Zur Mitte der 1960er Jahre ist die Welt in Aufruhr. In ganz Lateinamerika brauen sich Aufstände zusammen. In Afrika haben sich bereits beinahe 20 Länder vom Joch des Kolonialismus befreit. Und in Südostasien leisten Vietcong-Kämpfer unnachgiebig Widerstand gegen die US-Armee. Die Sowjetunion, die nun auf Entspannung setzt, überlässt die Revolutionäre teilweise sich selbst. Kuba und insbesondere Che Guevara unterstützen seit den ersten Tagen der Revolution andere sozialistische antikoloniale Gruppen. Sie werden jetzt mehr und mehr um Hilfe angerufen. Aus diesem Grund entscheidet sich Guevara nach seiner Rede vor der UN-Vollversammlung für eine weitere Reihe von Auslandsreisen. Dieses Mal zu den neuen Staaten. Allein in Afrika besucht er Anfang 1965 beinahe zwölf von ihnen. Er wollte, dass neue sozialistische Menschen hervorgehen aus diesem außergewöhnlichen Moment, in dem so viele Länder geboren wurden und eine neue Art Sozialismus möglich war. Doch gerade auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit, als er auf der internationalen Bühne an Einfluss gewonnen hat und seine Anliegen wirkungsvoll vertreten kann, da verlieren sich alle Spuren von ihm. Diese Aufnahmen aus Algier sind die einzigen noch existierenden Bilder seines letzten öffentlichen Auftritts. Che verschwand von der Weltbühne ganz plötzlich. Der Minister einer revolutionären Regierung, der in der Weltöffentlichkeit stand, alle internationalen Führer getroffen hatte, von Afrika, Asien und Lateinamerika verbunden war mit Guerillakämpfen in der ganzen Welt. Er verschwindet plötzlich. Um die Hintergründe von Che Guevaras Ende ranken sich viele Theorien. Eine rückt die Sowjetunion in den Blick, die Che Guevara auf seiner Algerienreise auch des Imperialismus. Bezichtigt hatte. Moskau soll hinter seiner Absetzung gestanden haben. Eine andere Vermutung besagt, dass eine hitzige, 40 Stunden dauernde Auseinandersetzung mit Fidel Castro nach seiner Rückkehr aus Algerien der Grund dafür war. Unumstritten ist, dass Che Guevara seit längerem wieder direkt in den Kampf gegen autoritäre Regime und imperialistische Mächte ziehen wollte. Er kam, der Wunsch aufs Schlachtfeld zurückzukehren, zurück zu der Erfahrung des maximalen Idealismus der Sierra Maestra, wo er jeden Tag sein Ideal ausgelebt hatte. Das macht die Guerilla-Welt aus. Für jemanden, der sich für revolutionär hält, ist das eine absolut unvergleichliche Erfahrung. Weil du außerhalb des Schlachtfeldes Kompromisse machen musst. Du musst Kompromisse eingehen mit anderen, die nicht mit dir übereinstimmen. Mit Gegnern nah und fern. Und dem wollte er entkommen. Genauso wie er durch die Sonntage mit freiwilliger Arbeit versuchte, an die Front zurückzukommen, ein Beispiel vorzuleben. Mit dem Rätsel seines Abtauchens in den Untergrund verwandelt sich Che Guevara Ende der 60er Jahre zunehmend von der realen Person in eine Legende. Sein Porträt, aufgenommen von Corda am Tag nach der Schiffsexplosion, wird zum Symbolbild für ein Phantom. Fidel Castro und die Revolutionsführung auf Kuba nutzen den Vorteil. Sie hängen sein Konterfeil 1966 zur großen, trikontinentale Konferenz der Dritte Weltländer überall aus. Der Name Che ist in aller Munde. Die Bevölkerung der Amerika-Latina hat mit der Erfahrung, der Leistung und der Talent eines Mannes, der sich in einer der größten Pesadillas des Imperialismus verändert hat. Jeder wusste, dass er irgendwo kämpfte und natürlich suchten Agenten nach ihm. Die Anwesenheit von Che alarmierte immer alle Geheimdienste der Welt. Alle. Sie verfolgten seine Person und was er tat. Im Untergrund wird seine Bekanntheit für Che Guevara zur Gefahr. Um eine Entdeckung und Verhaftung zu vermeiden, sucht der bekannte Revolutionspolitiker nun die Anonymität. Im Kongo 1965 bleibt er im Hintergrund. Es wird ihm verboten, selbst an die Front zu gehen. Aus Angst, seine Hautfarbe könne seine Identität den Behörden verraten. Nach Bolivien reist Che Guevara Ende 1966 unter falschem Namen ein. Das Land hat den Vorteil von fünf Außengrenzen. Eine Revolution, die hier siegt, könnte schnell auf die anliegenden Staaten Lateinamerikas überschwappen. Guevara verändert in Bolivien massiv seine durch die Medien bekannte Erscheinung. Er legt den Spitznamen Che ab und gibt sich ein neues Gesicht. Er ging durch einen unglaublich komplexen Verwandlungsprozess. Er wechselte seine Zähne komplett und zog seine Haare einzeln heraus, damit sie nicht so schnell nachwuchsen. Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Unter den amüsierten Augen Fidel Castros transformiert ihn der kubanische Geheimdienst, den Che Guevara mitbegründet hatte, in eine andere Person. Anzug und Krawatte, dicke Brillengläser, dünnes weißes Haar. Das bekannte Image als Revolutionär wird ersetzt durch eine Allerweltserscheinung als Geschäftsmann aus Uruguay. In gefälschten Pässen wechselt er auch die Namen. Einmal nennt er sich Ramon Benitez Fernandez, ein anderes Mal Adolfo Menja González. Doch das neue Image bekommt mit der Zeit Risse. In den Monaten des Guerillakampfes in den Bergen Boliviens nimmt Che Guevara wieder seine alte Gestalt an und macht von sich Reden. Eine Zeitung gibt die ersten Hinweise über seinen Aufenthaltsort und zieht die Aufmerksamkeit des bolivianischen Militärregimes und der CIA auf ihn. Eine von den USA trainierte bolivianische Spezialtruppe wird ausgesandt, ihn aufzuspüren. 2000 Männer überwältigen schließlich eine Handvoll übrig gebliebener Guerilleros. Che Guevara wird festgenommen und in die Stadt La Higuera gebracht, wo ein letztes Foto von ihm aufgenommen wird. Die Soldaten, die ihn ergriffen haben, posieren an seiner Seite. Am 9. Oktober 1967, einen Tag nach seiner Festnahme, wird er erschossen. Sein Leichnam wird zur Schau gestellt. Die Presse verewigt ihn. Christusgleich. Um Fingerabdrücke zu erstellen, werden Che Guevara die Hände amputiert und eingewickelt in die Tageszeitung an die CIA verschickt. Wie eine Siegestrophäe. Wahrer Sieger aber ist der Mythos. Er wurde zum Symbol des revolutionären Kampfes weltweit. Und das war absolut wahr. In den USA, in Frankreich, das war überall wahr. Ermordet mit nur 39 Jahren, hat Che Guevara bis heute als mediale Ikone überlebt. Als romantisierter Held und lebendiges Abbild des ewigen Revolutionärs und Märtyrers für eine bessere Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017